Ja, ich möchte so einen kleinen Podcast anfangen für euch, für dich, Schmiddy, und für dich, Jakob. Soll ich das übernehmen? Gerne, gerne. Ja, ist doch kein Problem. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sitzen da jetzt schon und jetzt sollen wir einen Podcast anfangen machen. Und wisst ihr was? Jakob, Thomas, das mache ich euch eben fertig. Dankeschön. Mache ich euch eben fertig. Okay. Soll ich das eben euch fertig machen? Ja, machen wir das fertig. Ja, dann sage ich, hallo, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle da seid und dass ihr wieder gespannt mit den großen, aufgestellten Ohren da wieder drauf wartet, was da alles besprochen wird. Zettel und Stift dabei. Ja, habe ich euch das eben fertig gemacht. Dankeschön. Das ist, finde ich, wollen wir mal gucken, ob sich diese Verbindlichkeit auf euch überträgt. Ich finde nämlich, dass der Satz, das mache ich dir eben fertig, der gibt mir ein gutes Gefühl, dass sich um mich gekümmert wird. Ich habe das jetzt letztens in einem Café erlebt, dass ich da ganz normal einen Kaffee bestellt habe. Und dann kann man ja sagen, ja, okay, dann mache ich dir den Kaffee, alles klar. Einen Kaffee, kein Problem oder so. Ja, gerne. Oder gerne, ja, okay. Aber mir so verschwörerisch fast schon so die Hand auf die Hand zu legen. Ich habe so meine Hand auf dem Bedientresen und der Mann legt seine Hand auf meine Hand drauf und sagt dann zu mir, mache ich die eben fertig. Weißt du, meine Mutter hat dafür ein tolles Adjektiv. Sie sagt, das ist plump vertraulich. Wenn so Leute, plump vertraulich, damit meint sie, wenn so Leute so eine Vertraulichkeit herstellen, die man sich nicht gewünscht hat und die auch nicht angemessen ist. Exakt. Und das ist das genau. Das ist exakt das Beispiel für das Wort, was meine Mutter vor 100 Jahren sich ausgedacht hat. Ich bin richtig schockiert, wie ihr drauf seid. Was? Ja, also ihr hört euch doch mal zu. Da gibt euch jemand das Gefühl, dass ihr willkommen seid, dass er euch gerne einen Kaffee machen würde und dann sagt ihr plump vertraulich, wir gehen ins KDW. Dazu kommen wir später. Nein, ne Moment, da erkauft man sich die Aufmerksamkeit, das ist was anderes. Da kommt man rein, da sind alle auch ganz herrlich nett im KDW, weil die natürlich denken, dass man da irgendwie, ja mehr oder weniger den Tag verschönert aus profilischer Sicht. Da habe ich später noch was zu beichten. Aber. Was aber? Okay, gut, später. Ich finde, wenn man die Hand so auf die Hand legt von einem Typen, der nur einen Kaffee will und dich noch so anzwinkert und so ein Stückchen zu nahe kommt und so fast flüstert, damit die anderen Kunden, die ja nicht in diesen besonderen Service geraten. Insofern wird auch noch so eine vertrauliche gemeinsame Intimsphäre erschaffen, in der ich ja gar nicht drin sein will. Es wird praktisch nur, wir stecken dann unter einer Decke, weil ich bestelle was. Kaffee und Salami Baguette, mache ich dir fertig. Und er kommt so ganz nah an mich ran, zwinkert mich fast an und sagt, das mache ich dir fertig. Das würdest du auch nicht wollen. Das würdest du nicht wollen. Das würdest du nicht wollen. Das würdest du nicht wollen. Nein, du stellst dich falsch dar. Ich würde mir endlich... Das magst du nur betrunken, magst du das. Wenn du ganz nochmal nüchtern bist, hasst du das. Nein. Sei ehrlich. Nein, die geben mir das Gefühl, ich bin so ein Stammgast. Ich habe so ein Stammrestaurant. Das willst du doch gar nicht. Das würdest du bei einem Späti dreimal gegrüßt, was gehst du nicht mehr hin. Ja, das stimmt. Jetzt sei doch mal ehrlich, Mensch. Mach dich mal ehrlich, Schmitty. Mach dich mal ehrlich. Das ist ein Spruch von Lanz, ne? Ja. Das sagen aber viele Leute, dass man sich ehrlich machen soll. Ey, du hättest Sprachwissenschaften. Ja, wirklich, glaube ich echt. Da hättest du Spaß machen. Du hast so eine Faszination und so Sätzen und so Gelabern. Und eine Aufmerksamkeit auch, ja. Aber das sagt er, der sagt immer, mach dich ehrlich. Wir müssen uns jetzt hier mal ehrlich machen. Ja, aber was heißt denn das, wenn man sich erstmal ehrlich machen muss? Ja, man soll sich das Lügenkleid ausziehen und sich mal bereit machen, auch mal ehrlich zu sein. Auch mal wahrhaftig. Und das im Fernsehen, im ZDF vor drei Millionen Leuten. Sollen wir jetzt mal ehrlich sagen, wie Politik funktioniert. Das ist ja was anderes. Was ehrlich sagen, verstehe ich ja. Aber sich ehrlich machen, sich zu jemandem machen, der grund-ehrlich ist, oder was? Genau. Für den Moment, für die Aufzeiten. Das ist ja schon verlogen. Das hat ja schon so eine intrinsische Verlogenheit. Was ist denn intrinsisch? So eine innere, aus sich heraus kommende Verlogenheit. Klaas, aber du, tu mal jetzt hier nicht so lieb. Bevor du die Aufnahme gestartet hast, hast du noch gesagt, dass du dir nichts Schlimmeres vorstellen könntest, als wenn Schmidti und ich im Badehose in deinem Urlaub stehen würden. Und das um halb neun morgens. Ja, wurden wir schon mal so verletzt. Schmidti, warum wurdest du zuletzt so verletzt? Ich weiß nicht. Wir sehen nämlich schön aus in Badehose. Glücklich und gut. Dann stehen wir da, wie Steven geht, weil nicht willkommen, ne? Naja, also ich möchte nur sagen, dass ich mit euch, genau wie ihr ja auch, ihr verbringt doch mit mir ganz schön viel Zeit. Ja, und? Ja, ich verbringe auch viel Zeit mit euch. Ja, ist doch schön. Und dann wird es doch wohl in Ordnung sein. Wo ist jetzt hier die Kehrseite? Wenn wir da noch mehr Zeit verbringen, ist ja nur mehr vom Schönen. Wenn du bei McDonalds oder so noch einen Burger kriegst, sagst du auch nicht, Ibar, wäre ich da mit. Naja, das kann man so nicht sagen. War ein Scherz. War immer nur ein Scherz, ne? Was ist ein Scherz? Dass die eine Schmierküche haben bei Burger King? Da will ich nicht weiter drüber reden. Wieso? Das ist ja nur eine Vermutung von uns. Wir wissen das doch gar nicht. Wir haben ja nur im Fernsehen gesehen, wie ein Burger King wohl mal eine Siffküche hatte, wo die da alte Fingernägel da in den Ratten gefunden haben, die für den Doppelwhopper gebraten werden. Aber das war ja nur im Fernsehen. Nein, die haben das doch alles jetzt verbessert. Das ist alles besser. Zurück zur Hauptfrage. Wir haben einen Feudel gekauft. Warum stört dich das, wenn wir da im Urlaub sind? Weil das ja mein Urlaub ist. Wir sind doch nicht automatisch Arbeit. Wir sind erst mal zwei nette Herren. Das ist so ein anstrengendes Gespräch, weil du natürlich so eine... Wie soll ich denn jetzt hierauf reagieren? Weil ich probiere... Dich entschuldigen. Mach dich mal ehrlich und entschuldige dich. Das heißt, okay, du willst also kein echtes Gespräch darüber haben, sondern ich soll jetzt einfach so den Affentanz mitmachen und mich entschuldigen. Du hast die Wahl. Ich mach dir auch einen Cocktail fertig. Ja, Schmitty kann gut Cocktails. Machst du mir den mal fertig? Machst du mir den mal fertig? Ja, mach dir hier mal schnell einen Cocktail fertig. Weißt du, was ich auch hasse, was ich hasse, wenn das einer sagt? Wenn jemand Cocktails schlürfen will. Ja, was schlürfen will. Boah, das tut mir so weh im Kopf, wenn das einer sagt. Mit wem und wo bist du denn so Cocktails schlürfen? Wo hörst du das? Da krieg ich richtig Aggression, wenn du das alleine sagst. Obwohl du das nur zitierst, will ich dir trotzdem auf die Schnauze räumen. Cocktails schlürfen. Boah, das klingt richtig nach AIDA-Club-Schiff-Anytime-Bar. Sieben Uhr abends und... Moment mal, die haben eine Anytime-Bar? Ja. Die haben so eine Bar, wo man immer hingehen kann. Nicht schlecht. Ja gut, dann zerreiße ich die Flugtickets von Schmitty und mir. Dann würde das wohl nix. Das ist besser. So wohl einen eigenen Urlaub uns ausdecken. Ich will jetzt wissen, was Lund zu beichten hat. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Oh, ich wollte es noch ein bisschen rauszuhören. Also, ihr habt in der letzten Folge richtig festgestellt, dass ich euch manchmal dazu zwinge, dass ihr mir so ein bisschen den erlaubnisgebenden Gedanken oder einfach die Erlaubnis gibt für gewisse Ausschreitungen. Wie zum Beispiel neue Playstation kaufen, obwohl ich wahrscheinlich die nur dreimal benutze. Und jetzt will ich es mal von hinten aufzäumen. Kann etwas falsch sein, was mir vielleicht den schönsten Tag in diesem Jahr beschert hat? Kann das falsch sein? Ja, das kann schon falsch sein. Ja, aber hallo. Das kann richtig falsch sein. Ja, dann will ich es, glaube ich, doch nicht gerne erzählen. Also, es kann sein, wir können es ja mal hypothetisch aufzäumen. Dann habe ich noch die Wahl, ob ich dazu stehe oder nicht. Es kann sein, dass einer von uns dreien diesen Podcast genutzt hat. Ich kann es nicht sagen. Was? Nein, es ist ja nur hypothetisch. Vielleicht war es auch Schmitty. Einer von uns dreien den Podcast genutzt hat, um am Samstag, also jetzt dieses Wochenende Samstag im KDW, also sich einladen zu lassen. Was? Einmal so eine Führung durchs KDW zu bekommen mit zwei Freunden und dann auf KDW-Kosten zwei Seafood-Tower zu fressen mit drei Hummern drauf. Reiß ich aus dann und danach noch eine gegrillte Dorale zu essen und drei Flaschen Chablis noch zu trinken. Bitte? Und eine Weinverkostung noch zu machen. Hast du im KDW angerufen und hast gesagt, du bist der Jakob von Baywatch Berlin und du möchtest mal eine Führung und so einen Tower da? Hast du in der Marketingabteilung angerufen und hast gesagt, du bist fast prominent, ob du mal vorbeikommen kannst? Mir wird irgendwie jetzt übel. Ich würde gerne kurz eine Pause machen. Ich muss eine Pause, weil ich schwitze auch ganz doll. Also es war so, ich habe ja wie immer im Podcast gemeinsam moniert, dass wir nicht eingeladen waren zum 50-jährigen Geburtstag von KDW. Du hast das moniert, wir haben gesagt, ja, hätten wir mal hingegen. Und es war der 130. So meine ich ja. Und daraufhin hat sich das KDW bei mir gemeldet und hat gesagt, oh, das tut denen leid und so und wie können die das gut machen? Und ich glaube, die meinten wahrscheinlich so einen kleinen Kekschen oder so, so einen kleinen Geschenkkorb und da habe ich gedacht, also besser als so ein Geschenkkorb, der ja so ein bisschen leblos dann nach Hause flattert und den wir uns dann auch zu dritt teilen müssen, wäre doch, wenn das KDW praktisch das so lebendig, also Erfahrung macht. Ich muss eine Zwischenbemerkung, sei mir gestattet. Du kannst gleich deinen Absturz weiter ausführen, deinen harten Aufschlag. Aber du hast gerade auch gesagt, es ging um den Podcast, es ging auch darum, dass wir alle nicht, es war ein Gespräch, das wir zu dritt geführt haben und dann hat er doch gesagt, dass er mit zwei Freunden da war. Also es war offenbar für drei eingedeckt. Ja. Es war für drei eingedeckt. Wer war denn der Schmitti? Nee, also da musste jetzt nicht keiner als Uhr ausgeben. Weil wer ist denn als Glas gegangen? Hast du eine Komparsenagentur angerufen und denen vorher verboten mitzuessen oder was? Also ich habe einfach Rauli und Basti halt mitgenommen. Dass da halt, wenn die drei eingeplant haben, dachte ich, es wäre jetzt auch schade, wenn die dann alles wegschmeißen müssen. Warum sagst du uns kein Wort? Ja, weil ihr habt ja immer keine Zeit. Ich hatte jede Menge Zeit. Nein, ihr habt immer keine Zeit. Stimmt ja gar nicht. Und es kann sein, dass ich da so ein bisschen so eine Art Kärcher gezogen habe, sagt man bei Baywatch Berlin. Das hat einer praktisch so einen Kärcher gemacht. Ach, jetzt will er mir das praktisch... Schmitti, willst du kurz erklären? ...zurückspielen, weil ich meinen Kärcher mitgenommen habe. Was das bedeutet, wenn man bei Baywatch Berlin einen Kärcher macht? Ja, das ist, wenn an uns dreien ein Reinigungsgerät, ein hochwertiges Reinigungsgerät versendet wird, dann lädt sich Klaas das in sein Auto, fährt damit in die Wallerei und schrubbt da seine Terrasse. Und wir sehen von diesem Reinigungsgerät nie wieder aus. Ihr habt aber... Ich möchte da fast nicht gerade aber sagen, ihr habt da nämlich auch noch so etwas Ähnliches wie ein Kärcher bekommen. Nein, das ist alles gelungen. Du hast das geklaut. Das stimmt ja gar nicht. Und ich finde, und das fordere ich heute, dass jeder halt bei Baywatch, also jeder von uns dreien darf einmal einen Kärcher machen. Klaas hat seinen Kärcher schon gemacht und ich war jetzt halt im KDW. Ist das so wie eine Formulierung wie Auge machen oder einen Dreißiger machen? Oder die Formulierung gibt es jetzt wie ein Kärcher machen? Kärcher machen ist, wenn du was nimmst, was für alle drei ist und du nimmst das nur alleine und du hast damit eine richtig schöne Zeit. Darf ich euch mal sagen, dass ihr seit Anbeginn dieses Podcast eigentlich einen Grundkärcher macht mit mir. Alles, was ihr macht, ist ein Kärcher. Was glaubt ihr denn? Glaubt ihr euch irgendein Arsch drauf der Welt? Hätte euch auch nur eine halbe Auster gegeben, wenn ich nicht irgendwann euch unter meine gnädigen Flügel genommen hätte? Ihr werdet... Er hat da recht, ne? Er hat da recht. Ich werde einen Wirbel machen in Amerika und kriege dir da kein Bein mehr am Deck. Dumme Sau. Ja, nur was ich halt da jetzt genossen habe, das kann ich jetzt nicht zurückgeben. So, also mir ist immer noch nicht klar, hast du eine Mail verfasst? In der drinsteht, könnten wir den Geschenkkorb umwandeln in ein Essen? Vielleicht habe ich da so eine kleine Anregung gegeben, was uns mehr erfreuen würde als so ein trockener Geschenkkorb. Warum sagst du mal uns? Ja, weil ich habe es ja so gemacht. Und hast du gesagt, wir haben keine Zeit? Na, ich habe gesagt, ihr habt keine Zeit, ja. Du bist ein Arschloch. Na, aber ihr habt ja wirklich keine Zeit. Das ist ja gar nicht wahr. Und jetzt kann ich nicht mal mehr normal ins KDW gehen. Natürlich. Da werde ich von denen angeschaut. Heute hat er wohl Zeit, der Fanny. Und ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Ich habe überhaupt nicht den Anfang mitbekommen. Nein, ihr habt ja wirklich keine Zeit. Das ist nämlich so, guck mal, früher, wenn ich in meinem Zimmer laut Musik gehört habe. Ich muss dir mal kurz was erzählen. Wenn ich früher in meinem Zimmer laut Musik gehört habe, habe ich ganz laut Musik gehört und dann saß mein Vater unten im Wohnzimmer und hat dann so hochgerufen, Klaas. So, und dann war die Musik immer noch laut. Und dann stand er unten an der Treppe und hat hochgerufen. Und ich habe es nicht gehört natürlich. Klaas. So, habe ich immer noch nicht gehört. Dann ist er oben in den Flur gegangen und hat geschrieben, Klaas, mach die Musik aus. Da war er schon drei Stufen sauer auf mich. Und ich habe es aber immer noch nicht gehört. Er stand mit dem Rücken zur Tür. Dann macht er die Tür auf. In der absoluten Wutstufe Nummer vier. Ah, ja, ja, verstehe das Bild. Und ich bekomme aber das erste Mal jetzt, seine Wut überhaupt zu spüren. Und dann schreit er mich zusammen, dass wenn ich nicht die Musik ausmache, er mich irgendwie zur Adoption freigibt. Also so, es ist komplett eskaliert. Und du setzt mich praktisch und Schmidt auch in die Situation, dass wir die ganzen Eskalationsstufen von Enttäuschung im KDW nicht mitbekommen. Und wenn wir das nächste Mal uns einfach nur eine flotte Hose da kaufen wollen, dann werden wir da mit Hass empfangen. Und wissen überhaupt nicht, was los ist. Wobei, ich habe nur gut von euch geredet. Muss ich wirklich sagen. Das ist auch traurig. Weil ich war ja auch betrunken dann. Und ihr wisst, da bin ich immer so gut drauf und so harmonisch und so. Und da habe ich wirklich nur gut von euch geredet. Dass ich auch traurig und Basti nicht zu blöd sind, da mit dir rumzulaufen. Ich habe ihm sogar am Samstagabend, habe ich ihm sogar noch Nachrichten geschickt. Ja, war ich zu betrunken dann auch. Ich habe ihm noch Nachrichten geschickt. Du hast noch zweimal geantwortet und so, aber hat er auch nicht gesagt, wo er ist. Nee. Aber Schmitty war in Brandenburg und du hast selten Zeit, Klaas. Du bist ein bisschen viel beschäftigt. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz für mich werben, weil es ist ja jetzt so, ich bin ja geständig. Und selbst im Rechtssystem, wenn jemand jetzt praktisch auf die Wache kommt und Geständnis abgibt, dann muss ich ihm doch mal verziehen werden. Weil das wäre jetzt besser gewesen, ich hätte geschwiegen. Was hat das jetzt mit dem Rechtssystem zu tun, ob man jemandem verzeiht? Na, es geht doch darum, dass ich ja sogar extra beichte hier. Wenn dir jemandem auf die Schnauze haust und danach zur Wache fährst, dann wirst du trotzdem verknackt, ne? Ja, aber ich kriege eine mildere Strafe, Schmitty. Ach, du bist einfach, ich finde das einfach eine ganz niederträchtige Art, die du da gemeinst. Aber ihr müsst ja sehen, ich habe euch ja jetzt nicht, ihr müsst ja wissen, das hat auch wirklich sehr lecker geschmeckt. Du bist eine Snitch. Das hat richtig köstlich geschmeckt. Warum warst du denn abends noch betrunken? Der war nochmal betrunken, der ist danach ins Guerrero Jahr gegangen. Ich habe einen Tag gemacht, der ist sowohl für den 60-Jährigen in mir herrlich gewesen, als auch für den 14-Jährigen. Das war die Skala. Wo war denn die 14? So will ich dir sagen, Schmitty. Wir waren erst im KDW, dann waren wir bei mir zu Hause und haben da auf der alten Playstation 4, auf dem alten Hobel, auf der alten Betsy nochmal FIFA 20 angeschmissen und haben uns dann noch ein herrliches FIFA-Turnier geleistet, aus dem ich als Sieger hervorgegangen bin und dabei ausgenüchtert. Dann haben wir Kuchen gegessen und Bundesliga geguckt und gekichert und dann haben wir wieder unsere Erwachsenenmäntel angezogen und sind dann noch ins Restaurant gegangen. Und dann waren wir da auch besoffen und haben nochmal gegessen. Aber wir haben nicht mehr so viel geschafft, weil wir noch den Hummer so schwer machen. Verstehe ich. Das war der schönste Tag dieses Jahres. So die Führung, ne? Also wurdest du dann per Handshake am Eingang abgeholt und dann, ach Herr Lund? Das ist wie die Queen, wenn die zu Harrods geht. Da werden alle anderen rausgeschmissen, wird vorne abgeschlossen. Oder Michael Jackson, wenn er mit so zwei Kindern, die als Spider-Man verkleidet sind, dann da durch die Spielzeugabteilung läuft. Wir kennen ja so Situationen, ne? Also wo man dann irgendwie so... Das war wie im Saarland, als du beim Rathaus warst. So war es. Das ist ja gar nicht so geil. Also im Saarland war es super, aber jetzt irgendwie da im KDW und da muss man dafür und da musst du so PR für dich machen. Und immer sagen, ja Mensch, das ist ja interessant hier. Das war auch interessant. Die haben mir gezeigt, wo die ganzen Törtchen gebacken werden zum Beispiel. Und den Weinschrank, den man extra aufschließen muss, habe ich auch gesehen von innen. Spannend. Wirklich. Da war ein Whisky drin für 500.000 Euro. Cool. Den durfte ich nicht probieren. Nee. Aber den Rest schon. Also vielen Dank nochmal. Oh. Entschuldigung, dass ich da so gekärchert habe. Und ich hoffe, wir können mir irgendwann verzeihen. Wollt ihr noch sehen, wie der Seafood Tower aussieht? Nein. Wird keiner sehen? Nee. Da war so trocken. Es hat gedampft, so über die Außen. Kann ich mir vorstellen. Sieht aus wie so in den 80er Jahren auf dem Traumschiff wahrscheinlich. Ja, und die Leute haben auch applaudiert, als der serviert wurde, weil wir auch zwei davon gefressen haben. Gott, ist das peinlich, ey. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir damit jetzt umgehen sollen. Also ich würde sagen, wenn wir da jetzt wirklich adäquat drauf reagieren, dann ist hier Schluss für heute. Und deswegen würde ich jetzt einfach dazu tendieren, das jetzt zu übergehen, das gesondert zu besprechen. Okay. Es gibt solche Situationen, hat man doch auch schon mal zu Hause als Kind erlebt, dass die Eltern dann gesagt haben, darüber reden wir heute Abend. Ja, das ist das Schlimmste. Und Jan, komm. Wenn die gar nicht ausflippen, ne? Ja, komm. Sondern sagen die, wir reden da heute Abend drüber. Da reden wir heute Abend drüber. Ne? Ich räume jetzt erstmal mein Zimmer auf. So ist es. Heute Abend, wenn Arne nach Hause kommt, dann reden wir darüber. Und dann flippt einer aus. Habt ihr die Oscars geguckt? Ja. Ja, haben wir geguckt, ja. Und vor allen Dingen haben wir auch Steven Gäthchen dabei beobachtet, wie der ganz nah dran war an den Stars. Aber nicht so nah, wie er wollte. Also ich hab den Steven Gäthchen-Part verpasst, weil ich bin nachts mit Lebensmittelvergiftung, hab ich sechsmal gereiert. Und dann konnte ich einschlafen. Irgendein Hummer Tower da? Ne, das wirklich nicht. Das war viel, viel später. Nein, das war wirklich viel später. Der war top. Und dann hab ich anderthalb Stunden die Oscars geguckt. Aber ich hab Steven Gäthchen verpasst. Was war denn da los? Ja, Steven Gäthchen ist ja seit Jahren unser Mann in Hollywood. Wenn es bei den Oscars steht, er am roten Teppich. Und holt die Stars ran ans Mikrofon. Und ich glaube, man hat überhaupt nur eine Chance, irgendeinen Star zu kriegen als deutsches Fernsehen. Weil Steven Gäthchen das eben schon so lange macht und irgendwie... Ja, die kennen ihn ja wirklich. Ja, die kennen ihn, ne? Sollte man... Also die kennen ihn wirklich. Der ist wirklich so Dudes-Freund mit Tom Cruise. Ja, ja. Und ich glaube, wenn du jetzt da stehen würdest oder Joko oder so, gar keine Chance. Aber der darf sagen, du Tom Cruise. Ja. Du, Herr Cruise. Aber Tom Cruise war leider nicht da. Und all seine Buddies waren irgendwie nicht da. Und es tat in der Seele weh. Die waren halt live drauf, während Steven versucht, die Stars an sein Mikrofon zu kriegen. Immer German Television, German Television. Und rechts und links von ihm waren zwei sehr beliebte Sender. Also ich glaube, Entertainment, Weekly... Dieses I wahrscheinlich. Ja, genau, dieses I. Und noch irgendwas, was anscheinend super wichtig ist für alle Hollywood-Stars. Also rechts und links, 30 Zentimeter neben ihm, sind alle angekommen. Und er hat immer versucht, da so reinzukrätschen und zu fragen, ob er als nächstes ran konnte. Und man hat richtig gesehen, das ist der härteste, und das meine ich unironisch, das ist der härteste Job, den man machen kann. Ja, weil du musst wirklich so dein Ego komplett abgeben. Und irgendwann musste Steven, hat dann immer die Manager interviewt, die neben den Stars standen, hat die interviewt, auch wie es ihnen geht, ob sie schon mal beim Oscar waren und auf was sie sich dann besonders freuen. In der Hoffnung, dass er irgendwie mit denen bonden kann, dass sie danach sagen, komm Samuel L. Jackson, geh doch mal hier zu den Germans. Und das war wirklich so krass und der musste dann immer auch so Versprechen abbringen, dass jemand, der Austin Butler, der den Elvis spielt, der ist so vorbeigelaufen und Steven hat vorher die Managerin vollgelabert, dass Austin Butler zu ihm kommt. Dann sind die aber straight zu einem anderen Sender wieder gelaufen. Dann hat er noch so hinterher geschrien, ob er nicht in zwei Minuten nochmal hier hinkommen kann. Und er hat so ein Versprechen da abgerungen, also der hat richtig hart gearbeitet und es war so, so bitter zu sehen. Ja, das ist, also da muss man sagen, und dann findet niemanden, der das besser könnte als Steven. Und ich meine da jetzt alle Disziplinen, die man da drauf haben muss. Der war ja auch wirklich ja Filmexpert, der hat ja alles gesehen. Du wirst wahrscheinlich, wenn du dann da anhältst, auch als Hollywoodgröße, wirst du ein gutes Interview erleben mit einem vorbereiteten Typen, der genau weiß, worüber er redet. Aber das ist ja nur eine Disziplin, die man beherrschen muss, am Ende dann das Interview gut zu machen, sondern eben auch mit dem Durchhaltevermögen. Also es gibt ja zwei Sachen, das Durchhaltevermögen da zu stehen und sich dem auch so ein bisschen, ohne dass man jetzt seine Würde verliert, weil er das ja dann auch hinkriegt. Man hat ja nie das Gefühl, er verkauft sich da unter seinem Preis, sondern man sieht immer, er arbeitet halt viel und das ist so ein System, mit dem er dann zurechtkommen muss. Und dann aber auch so, das finde ich ja sehr sympathisch, sich dann in dem Moment in sympathischter Weise nicht so wichtig zu nehmen, um bereit zu sein, dann vor laufenden Kameras dann diese Arbeit zu machen, nämlich die Leute ranzuholen. Das ist die eine Sache und das ist die nächste Qualität, die wirklich kaum einer hat, die der aber wie kein Zweiter beherrscht. Wenn gar nichts ist, bist du trotzdem live drauf und dann musst du moderieren und dann redest du im Kreis. Und im Idealfall redest du natürlich nicht immer dieselben Informationen, sondern du lässt dir was Neues einfach, du formulierst es ein bisschen um, du redest über die Ausgaben. Du musst ja nachdenken, während du eigentlich gerade was moderierst und musst du dir im Gehirn was komplett anderes Neues ausdenken. Das Ding ist, ich bin jetzt auch, also würde ich mich bezeichnen als relativ bewandert in der Filmbranche, also ich kenne so die Leute, ich kenne auch noch den, der die Filmmusik macht und so weiter. Das Problem bei Steven war aber, wenn da am roten Teppich ein leeres Mikrofon im Raum steht, dann kommen, ich will die gar nicht als, also böse sagen könnte man sagen, so die Putzerfische von den Stars. Ja, ja, ja. Sound-Ingenieur von dem und dem Film und also Leute, die ich im Leben noch nie gehört oder gesehen habe und gleichzeitig ist es so bitter, weil er interviewt den und sieht halt, hinten dran läuft dann halt irgendwie Brad Pitt vorbei. Scheiße. Und du denkst dir jetzt, während ich das interview, ich kann jetzt ja nicht sagen, ja, jetzt halt mal dein Maul, hier, Brad, komm her. Aber das passiert ja oft, das ist eigentlich auch sehr witzig, weil das ist natürlich ein ultra hartes Geschäft und es ist eine ganz harte Hierarchie, die da herrscht irgendwie. Das ist wirklich aufgebaut wie eine Pyramide und natürlich die Stars sind die Stars und dann so abwärts und man nimmt, was man kriegen kann. Aber dass dann Leute auch so dann da so interviewt werden und man merkt, das Ego wird gestreichelt, weil sie werden jetzt vielleicht nicht so oft interviewt, aber sie werden eigentlich nur deswegen interviewt, weil halt sonst keiner da ist. Das ist denen natürlich in ihrer Selbstwahrnehmung dann wurscht. Das heißt, die stehen dann da und erzählen, wie sie irgendwie den Sound da ingeniert haben da irgendwo bei irgendeinem Film. Und dann kommt halt Brad Pitt und das habe ich hier ganz oft schon gesehen, dass man dann auch knallhart an Stevens Platz jetzt, nicht jetzt er, aber so diese Position, dass man dann das Interview einfach abbricht, den zur Seite schiebt und sagt, komm her. Und dann bist du halt Luft. In dem Moment bist du Luft, weil dann, so und dann bricht halt die volle Härte dieses Systems durch. Das ist ja gar nicht despektierlich gemeint gegenüber solchen Berufen, nur das ist natürlich ein Red Carpet, da ist man live und man will, wenn die Oscars übertragen werden, dann willst du halt Brad Pitt vor der Flinte haben. Und nicht irgendwie den Sound-Engineer. Ja, den schiebt man dann, sagt, ja, ja, danke. Und schiebt den so zur Seite und sagt, hier, Platz machen. Aber wie erklärt ihr euch das? Also ich bin ja fest überzeugt, wir produzieren ja auch irgendwie Shows, dass es sowas wie ein Show-God gibt und dass es irgendwie so Aufzeichnungstage gibt oder auch eine Live-Sendung, wo einfach alles rund läuft, wo es noch besser läuft, als man sich das vielleicht vorgestellt hätte und alles irgendwie so zusammenkommt, dass es irgendwie ein sensationelles Finale gibt, wo es spannend ist bis auf die letzte Sekunde, dann geht man so richtig glücklich ins Bett. Aber wie ist es an so einem Teppich, also woran lag das, dass diesmal diese Situation war, die er jetzt beschrieben hat? Weil ganz oft hatte er ja wirklich, da war ja wirklich Brad Pitt und Will Smith und wie sie alle heißen, dann am Mikrofon. Will Smith kommt jetzt also mindestens zehn Jahre nicht mehr. Er war halt wirklich eingekerkert zwischen zwei super relevanten TV-Sendern für die Stars, beziehungsweise für die Manager, also es gibt ja diese Red-Carpet-Manager, die sagen dann, Tom Cruise, geh mal zu dem hier und die stellen immer das TV-Team vor, was am roten Teppich ist. Ich sage so, hier, das sind die aus dem Land, geh da hin und geh da nicht hin. Das ist Glatsch und Dratsch oder sonstiges, die interessieren uns nicht, die haben uns irgendwann mal was Böses geschrieben oder sonst, die werden dann ignoriert. Und er war halt genau zwischen so Big-Playern und ich glaube, das war wirklich genau dieser eine Schritt, den die dann von der einen Station zur nächsten gemacht haben und er war dazwischen, hat da irgendwas reingebrüllt, die Carpet-Managerin hatte überhaupt nicht die Chance, ihm zu erklären, wer das ist und dann waren sie schon bei der nächsten Station. Weil Deutschland ist doch schon ein sehr wichtiger Filmmarkt auch, oder? Also grundsätzlich in der Welt ein wichtiger Entertainment-Markt, sonst würden die doch nicht auch alle kommen, oder? Was da, also ob das China ist, oder selbst Indien? Das ist klar, das ist größer. Ja, ja, klar. Es ist jetzt nicht irgendwie Lichtenstein, ja, okay, aber jetzt eben auch keine Weltregion, in der du mal eben so mit einem Interview vielleicht dann doch ein paar mehr Leute erreichst. Aber gut, ja, so ein bisschen Pech gehabt. Hat er mega gemacht, egal wie es war. Ach, Steven ist eh der Beste. Ich finde wirklich, Steven ist der beste Moderator, den es gibt, also ernsthaft jetzt, das klingt jetzt so komisch, aber der beste deutsche Moderator. Und den ich kenne, ist er. Man kann wirklich sich in jeder Hinsicht, also auch als, vor allen Dingen, ich rede jetzt gar nicht so als Arbeitskollege, sondern, was mich immer nervt, wenn ich Fernsehsendungen gucke und ich so mit dem Moderator oder der Moderatoren so mitfiebern muss, ob das jetzt wohl klappt. Und natürlich ist auch ein bisschen professionelles Auge wahrscheinlich dabei, weil ich weiß, wo so die Sollbruchstellen sind an so einer gewissen Show und ich so weiß, ha, da könnte es jetzt hakelig werden und wie reagiert er jetzt auf diese unvorhergesehene Situation oder so. Du weißt bei Steven, hinter dem kannst du ein Haus in die Luft sprengen, der macht weiter. Überleg mal, Klaas, allein, dass der euch aushält, ne? Ja, ja. Stell dich, lass mal vor, so gut ich dich kenne, wenn du mit zwei so Leuten, die so nerven, während du Sachen erklärst, da hättest du richtig privat schlechte Laune. Ja, klar, natürlich. Und du würdest dann, würde ich sogar die Prognose sagen, unprofessionell genervt werden. Ja, klar. Weil du sagst, jetzt hör doch mal zu, ihr Idioten. Ich kann dann auch nicht. Und das macht er alles nicht. Nein, weil er auch gar nicht, der hat ja auch so wahnsinnig viele Kinder. Er ist den Nerv gewohnt. Er ist das ein bisschen mehr gewohnt. Und der hat einfach ein dickeres Fell in jeglicher Hinsicht. Und bei mir ist das große Problem, deswegen kann ich auch nicht jede Art von Sendung machen, weil man mir ganz schnell anmerkt, wenn ich genervt bin. Und ich kann nichts dagegen tun. Und manchmal kann ich das so überspielen, aber ich glaube, man muss mich gar nicht so privat kennen oder so. Es reicht schon, wenn man so ein paar Sendungen von mir gesehen hat, um zu merken, das stört ihn jetzt so. Und wenn mir solche Leute, so wie Joko und ich, so wirklich stundenlang auf die Eier gehen würden und keiner hört zu. Und ich probe das dann den ganzen Tag. Und am nächsten Tag fragt dann Joko zum hundertsten Mal, muss ich den Nagel in die Bandschlagen oder was? So, dann würde ich auch sagen, sag mal, hast du das nicht gehört? Habe ich dir doch gerade erklärt. Bist du bescheuert? Ja, mach jetzt halt. Das wäre nicht mein Problem, wenn du die Regeln nicht kapiert hast. Das wäre ja gar nicht charmant, ne? Nee, eben. Und deswegen darf ich sowas nicht machen, weil ich dann unsympathisch werde. Ja. Ja, und ich muss auch aufpassen, dass ich unsympathisch werde. Exakt. Schmitty, möchte ich ja ein Thema ansprechen, während ich im KDW diniert habe. Warst du in einem Restaurant, hoffe du willst das erzählen, und hast da mit ganz vielen Leuten an einem Tisch gesessen, die du noch nie vorher gesehen hast? Warst du auf der Kohlfahrt? Oder wo warst du? Und ich meine, ich kenne dich ja auch gut. Und das ist ja erstmal etwas, ist eine Situation, die du als Herausforderung empfindest. Aber du anscheinend. Oh, ich habe dir das hier geschickt. Also Nummer eins. Du hast natürlich jetzt auch die Pointe schon vorweggenommen von der Story. Da müssen wir nochmal in Klausur gehen. Zweitens, ja, ich war in Brandenburg. Aber wenn das für dich schlimm war, freuen wir uns trotzdem auf die Geschichte. Stimmt. Ja, es hatte eine überraschende Wendung an dem Abend. Also es war, um kurz das Bild zu vervollständigen, das er angerissen hat. Ich war in Brandenburg. Das war ein Geheimtipp von Sven Steffensmeier. Das ist der Produzent von Kitchen Impossible. Und wenn sich einer auskennt mit, wo kann man denn gut essen gehen, dann ist er. Ja, weil der andauernd da drehen muss. Ja, ganz Europa kennt er sich ja auch. Der kennt sich aus. Ja, ist auf jeden Fall erste Adresse. Und er meinte, da gibt es in Brandenburg ein Forsthaus, wo ein ehemaliger Koch vom Fassil, das ist hier so ein Zwei-Sterne-Schuppen in Berlin, der hat das Haus geerbt. Also so ein Bauernhof. Und er hat darin ein Restaurant. Das hat jetzt keinen Stern oder das hat jetzt irgendwie, das ist auch irgendwie alles noch überschaubare Preise. Aber man kann dort halt hinfahren nach Brandenburg, nee, nach Mecklenburg-Vorpommern, sorry. Und schläft dann dort eine Nacht und kann dort sehr, sehr gut essen gehen. Und das ist halt alles super lokales Essen. Die bauen alles selber an, die schlachten selbst und, und, und. Also es ist halt irgendwie sehr, sehr regional und gute Küche. So wurde es mir versprochen und so bin ich auch hingereist. Und das Einzige, also es war auch alles, habe ich so vorgefunden, da war die kleinen Esel und die Schafe und es war alles. Alle noch lebendig. Wie schmeckt so ein Esel? Nein, es war einfach ein schönes Ambiente. Es hat halt super geregnet, deswegen konnte man auch das Haus da nicht verlassen. Und dann weiß man so, abends um 19 Uhr gibt es das Essen und du bist jetzt aber schon um 15 Uhr da, dann sitzt du so auf dem Zimmer und wartest, bis das Essen kommt. Dann sitzt du in so einem mecklenburgischen Plattenland, sitzt du da, das stelle ich mir so vor, eingehüllt von, was ist da wahrscheinlich so Birken oder so drumherum und dann ist da so ein dunkler Bauernhof und dann regnet es so Hunde und Katze so da drauf. Oh, es ist aber gemütlich. Es war gemütlich. Und du sitzt dann da drin und wartest aufs Essen. Ja, ich bin noch Kaffee und Kuchen essen gegangen dort und da habe ich auch an dich gedacht. In der Bauernstuhl. Ja, also wirklich ein super Ambiente. So ein Streuselkuchen? Ja, ja. Was für einen Kuchen hatten die da? Ich bin ja nicht so der Kuchen-Typ, aber ich fand es erstaunlich, dass der, der war noch so leicht warm und so fluffig. Also man hat so einen Mund und der ist so richtig so zerpufft. Hatst du einen Hefekuchen? Ich reiche es nach. Dankeschön. Ich schreibe dir eine SMS, was es war. Sehr gut. So, und dann abends, endlich war dann die Zeit gekommen, man konnte zu dem Dinner gehen und naja, man kommt dann in diesen Saal, möchte ich es nicht nennen, kleinen Raum, wo aufgetischt wird und ich sehe da halt drei kleine Tische. So in der Größe von unseren Schreibtischen und einen großen runden Tisch und ich sehe eine ganze Menge Leute, die von nah und fern kamen, um da essen zu gehen. Ich habe mir noch gedacht, wie passen die denn alle genau? Wie haben die dann alle so verloren im Raum gestanden, bevor sie wussten, wo sie sich hinsetzen dürfen und so? War das so eine Stimmung, so nach dem Motto, ja kommt jetzt gleich einer und sagt uns, was passiert? War so eine Stimmung? Ja, alle noch so die Mäntel an und man steht da rum und es ist jetzt auch nicht so, dass man sich da jetzt aussuchen darf. So geplant war, ab 19 Uhr gibt es Essen, dann bin ich schon um Viertel vor dahin. Mit deinem Handtuch. Weil ich mir gedacht habe, man kann sich ja dann irgendwo in eine Ecke setzen und so. Aber ihr habt so, war das denn so, guck mal, ich möchte nur die Situation einmal so atmosphärisch verstehen. Ihr steht also in diesem Raum, ihr habt noch so eure Mäntel an und es sind also alles Leute, die da jetzt hingegangen sind. So feine Leute, so ein bisschen, so kulturell beflissene Leute, die also auch wissen, warum man da hingeht und so. Das war jetzt nicht das KDW-Publikum? Nein, sowas, nein, nein, gar nicht, aber so, weil irgendwelche Rentnerarchitekten, ne, solche Leute. Auch, aber auch sehr viele junge Leute aus Berlin. Ja, okay, aber trotzdem flüstert man sich dann so als Pärchen gegenseitig zu, also die Frage, die man im Kopf hat, nämlich, die flüstert man sich dann so zu. Oder man steht dann so da und dann sagst du zum Beispiel zu jemandem, ja und jetzt, wie ist das jetzt hier, sollen wir uns jetzt hier einfach hinsetzen oder kommt jetzt hier gleich einer? Ja, noch eine Stufe weiter, ich sag also, wenn wir jetzt hier mit anderen an einem Tisch sitzen, erschieße ich mich. So, und also es war dann irgendwie klar, da muss eine kreative Lösung her, weil viel zu wenig Tische für viel zu viele Leute. Und die haben dann wirklich, das ist auch so gemacht, dass sie so, es waren meist Paare da und die haben zwei Paare dann an einen sehr kleinen Tisch gesetzt. Also so Schulter an Schulter. Ich dachte schon, das Schlimmste wäre dieser große, runde Tisch, wo alle sitzen. Nein, nein, nein. Und ich bin dann an diesen großen Tisch gesetzt worden. Oh nein, ich kriege beim Zuhören Bauchweh. Und dann sieht man ja so, was so aufgedeckt ist und dann waren insgesamt sechs Plätze belegt. Und weißt du, es werden noch vier Leute kommen, die sich an diesen Tisch setzen. Und ich war in dem Moment schon erleichtert, dass ich halt nicht an so einem von diesen kleinen Themen, weil da hast du ja gar keine Chance. Hier war immer noch so 40 Zentimeter Platz, also so die Entfernung zwischen Klaas und mir hier beim Podcast aufnehmen. Wir kennen uns ja auch, das ist ja was anderes. Exakt. Und die war so da und man konnte dann so ein bisschen flüstern und nach und nach sind dann die anderen... Oh Gott, was für ein Horror, ich würde da gar nicht mehr reden. Pass auf, sind die anderen Paare gekommen und das war dann auch so, hallo, guten Abend, hallo, hey, oh ja, okay, also... Oh Gott, ist das furchtbar. So ganz leise, so miteinander geredet und erkannte ja erste Gang oder hat mit ihm gegessen, hat man sich mal so kurz zugenickt. Man kann doch dann auch nur noch das reden, was so für die Öffentlichkeit, also... Ja, das, was man im Fernsehen sagen würde. Genau, so Themen suchen, die so völlig unpersönlich sind. Unverfänglich sind, völlig unverfänglich sind, unpersönlich. Und eigentlich genau das Gegenteil will man ja, wenn man zusammen isst, also wenn man sich mit Freunden trifft, um zu essen, dann will man doch die ganze Zeit labern. Ja, vor allem, man merkt ja auch, wenn Leute so lange Ohren bekommen, ich bin dann... Ich meine, ihr kennt mich, wie ich dann bin. Ja, du bist auch ganz verstockt. Ich bin unglaublich verklemmt dann und kann mich, ich kann gar nicht mehr das dann genießen und mir schmeckt nichts mehr. Ich kann mich nicht, es ist für mich vorbei in dem Moment. Mir geht es auch schon in Restaurants, die so gebaut sind, dass man so Tisch an Tisch sitzt. Da komme ich schon in so eine Beklemmung rein, da weiß jeder, der mit mir essen geht, der Abend ist gelaufen. Ja, dann lieber so eine Bahnhofshalle, wo es so laut ist, dass jeder sagen kann, was er will. Meine Begleitung wusste, dass ich jetzt kein Fan von Seafood bin, im Gegensatz zu dir, Jakob. Ja. Und das war dann auch so, die hat dann gesagt, oh, pass auf, wenn du hier Seafood kriegst, also vielleicht, guck mal, ich glaube, der dritte Gang, den magst du wieder. Also man hatte ja so eine Karte, guck mal, der dritte Gang und der vierte, das wird auch nicht so schlimm. Und dann habe ich schon, weil man merkt ja, dass die anderen so zuhören, zumindest bildet man sich das eigentlich so. Ja, ist so. Jetzt behandelt mich nicht wie so ein Kleinkind. Und ich esse das, egal was kommt, ich esse den Scheiß-Hummer, sollen sie mir hinlegen, ich esse es. Aber jetzt bitte, ich bin nicht acht Jahre so. Also die sollen jetzt nicht jeder mitnehmen. Vielleicht haben die ja noch ein paar Fischstäbchen. Sollen wir mal nach Ketchup fragen? Guck mal, das ist hier eine schicke Jeans-Buffe nicht. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Also, irgendwann hat man dann begriffen, das ist jetzt nicht die Lokalität, wo man, jetzt sage ich mal, Beziehungsstreitigkeiten oder irgendwie über den neuen Arbeitsvertrag redet. Also das ist nicht das Ambiente, sondern es dreht sich ums Essen. Und das war wirklich fantastisch. Damit würde ich dich überzeugen. Und wenn man es dann als eine Art Happening begreift, jeder, der The Menu gesehen hat, weiß ungefähr, wie so die Atmosphäre. Ja, The Menu, nur man sitzt mit allen Leuten so Schulter an Schulter, so ungefähr. Gut, aber man hat aber über das Essen, hat man ja auf jeden Fall einen Anknüpfungspunkt. Wie hat es euch geschmeckt? Da gab es so erste, doch, da gab es so erste Punkte. Da gab es so erste Punkte, oh, eine Dame, die da saß, die hat sich getraut zu sagen, dass sie halt Vegetarierin ist. Das hätte ich mich überhaupt nicht getraut. Und dann hat die auch wirklich, da war es so ein bisschen so ein Anknüpfungspunkt, welches Ersatzgericht hat sie gekriegt zu den Gängen und so. Und dann, ja, also wir hatten Weinbegleitung. Weinbegleitung. Wollte ich gerade sagen, weil ohne Alkohol ist dieses wahrscheinlich Happy End, was hier ums Eck knistert, nicht denkbar, glaube ich. Es gab Weinbegleitung und alle am Tisch hatten Weinbegleitung und dann hat es so drei Gänge gedauert. Und dann habt ihr das Speed-Dating gemacht. Und erst mal, ich habe da jetzt nichts rumgekärschert oder wie du es genannt hast, aber irgendwann, so ab der vierten Flasche Wein, so ungefähr, und nach dem vierten Gang, hat einer am Tisch gesagt, sag mal, ich kenne dich doch von der Weinmesse. Ja. Und das war erst mal, da hat es mich getroffen, wie der Schlag... Wahrscheinlich hat er dich erst erkannt nach der vierten Flasche Wein. Nein, als das eine Auge so auf halb acht hing, das andere so, als du so angefangen hast zu schielen, und dann sagst du noch, jetzt weiß ich, woher ich dich kenne. Jetzt, ja. So, der hat ja das angesprochen und dann kam ich in so einen Modus rein, dass man so aus dieser Ecke des Schweigens rausgezogen wird und auf einmal, du kennst das so, ich habe so manchmal so einen Moment, wo ich dann so ein Performer werde. Ja, wenn du besorgen bist. Ja, total, ja. Wenn ich betrunken bin. Du musst dann aufpassen, dass man keinen Kuss auf den Mund kriegt. Und wo ich dann irgendwie so, naja, die Flucht nach vorne, und dann so, ja, die... Der Hallihallo-Schmitty. Genau, der Hallihallo-Schmitty. Und der ist aber einer meiner Lieblings-Schmittis, muss man sagen. Wie bei Pokémon gibt es doch so verschiedene Entwicklungsstufen. Und der Hallihallo-Schmitty ist für mich eine Entwicklung, die ich nicht gut finde. Ja, das war der Hallihallo-Schmitty und vor allem auch der Hallihallo-Schmitty, der war so beschämt von dieser Tatsache, dass es jetzt auf einmal um ihn ging und um diese Weinmessen-Nummer, die jetzt auch nicht zu unseren Glanzlichtern gehört. Ja, ja, wie man sieht. Und das andere Paar, das auch noch am Tisch sah, hat mich dann auch plötzlich noch erkannt. Und dann saß ich also... Ah, so schön, dass euch das jetzt auch noch nicht passiert. Ja, also ich wusste nicht, wie man damit umgeht und hab dann das einzig Richtige gemacht. Ich hab dann erstmal sechs Schnaps bestellt. Ja, natürlich. Für dich? Für mich dann. Und was wollt ihr? So, jedem sechs Schnaps gegeben und dann hier Prost auf die Weinmesser und Deal und das. Das ging dann weiter, dass ich irgendwie dachte, Mensch, die haben ja bestimmt auch super Champagner hier. So, und dann hab ich dem ganzen Tisch eine Flasche Champagner ausgegeben. Währenddessen lief die Weinbegleitung weiter. Ja, klar. Und Leute, ich sag euch, das ist, es war einer der schönsten Abende in den letzten Jahren. Das klingt nach einem richtigen Raketenstart. Mit, es war auf einmal eine Stimmung wie am 60. Geburtstag, so 45 im Führerbunker. Und ich hab letzte Woche nach den Lieblingskleidungsstücken gefragt. Also du hattest ja eindeutig mal die Spendierhosen an, die mag ich aber gerne an dir. Ach, die hatte ich an, ja. Ja, im vollen Kopf und wirklich aus Verlegenheit, weil ich irgendwie so... Ja, du bist für mich, genau, du bist für mich der Michael Ammer der Generation Ü60. Naja, und das war so krass, weil man hatte dann so mit den wildfremden Leuten einen Mega-Abend. Einen Mega-Abend. Und die waren auch wirklich, das waren wirklich nette, nette Leute. Ja, aber so lernt man doch auch Freunde kennen. Man fragt sich doch auch manchmal in seinem abgesperrten Alltag, der irgendwie so systematisch und durchorganisiert ist, wo man ja nun nicht mehr so oft irgendwie so offene Momente hat, in denen dann auch mal noch was anderes passieren kann. Ich frage mich manchmal, jetzt fast 40, denke ich so, wie soll ich eigentlich noch neue Leute kennenlernen? Also wie soll ich denn jetzt noch einen neuen Freund, also nicht, dass ich jetzt einen neuen Freund bräuchte, ich habe ja genug Freunde, aber trotzdem denke ich mir, warum kann ich nicht auch noch mal einen neuen Freund vielleicht haben? Ja, weil man diese Offenheit nicht mehr hat. Wo soll ich den denn herkriegen, denke ich mir dann manchmal. Aber das sind wahrscheinlich genau... Da habe ich eine Adresse für dich. Jaja, ich will ja jetzt nicht hin, weil ich bin jetzt nicht auf der Suche. Aber ich finde es schon ganz gut, dass man ab und zu so Dinge macht, die natürlich auch erstmal durch das Nadelöhr der Beklemmung, muss man erstmal so durch, damit man dann irgendwie so in einer Situation sich wiederfindet, in der auf einmal vieles wieder möglich ist. Ich muss es gerade so lachen, weil das finde ich so eine gute Show-Idee. Wir suchen Klaaselfer-Umlaufs, neuen Freund, Riesen-Casting-Show, bewirb dich jetzt. Ja, aber das klingt ja so, als wäre ich so schwer vermittelbar an Freundeskreise. Nein, ich glaube nur, dass man irgendwann, und das ist ja doof und gut, weil A hat man sein Leben in Anführungsstrichen im Griff, das heißt, dass alles irgendwie so Abläufe hat, die man ja deswegen hat, weil man die gut findet. Und weil man im Idealfall ein Ensemble aus Menschen um sich herum hat, wo jeder auch den Platz ausfüllt, weil man das Gefühl hat, da ist ja deswegen kein neuer Mensch mehr mit dabei, weil ich zufrieden bin, so wie es ist. Und trotzdem ist es doch schade, jetzt sich zu überlegen, vielleicht habe ich meinen letzten Freund vor drei Jahren kennengelernt. Ja, das stimmt, also früher hat man ja alle zehn Minuten einen neuen Freund gehabt oder Freundin. Kindergarten. Als Kind, da war es super, da war es, wenn die gleich groß waren, das reicht an Gemeinsamkeit. Da komme ich auch zu dem Punkt, es gab natürlich einen Nachteil. Also das war wirklich kurz vor Gesänge und Arm in Arm da an dem Tisch rum und das Essen war wirklich fantastisch. Da muss man aber dann auch aufpassen, dass man in dieser Euphorie dann nicht den Shark jumpt, ne? Ja, dazu komme ich jetzt. Hattest du deine Hose noch an? Ja, also irgendwie die Spendierhosen, das ist so ein Punkt, das ist natürlich ein schmaler Grat, dass man jetzt nicht so rüberkommt wie einer von den Geißens, ne? So, das war dann so, Champagner bitte, ne? So, und irgendwie habe ich nicht gemacht, es war glaube ich im Rahmen. Gott sei Dank. Aber am nächsten Morgen. Das ist wichtig, es muss alles im Rahmen bleiben. Es haben ja alle dort geschlafen und am nächsten Morgen war dann Frühstück. Oh, peinlich. Das ist eigentlich wie so ein, wie kommt das vor, wie so ein skandinavischer Film, der so bei der Berlinale läuft und am Ende ist einer tot und keiner weiß, wer es war. A triangle of sadness, so. Und dann war Frühstück und das ist natürlich so. Auch wenn es ein ganz runderschöner Abend wäre gewesen ist und man drückt sich so und geht ins Bett und dann aber am nächsten Morgen, weiß nicht warum, hätte ich mich aber geschämt automatisch. Naja, weil man immer ein Schildes Gewissen hat, selbst wenn man nichts Schlimmes gemacht hat. Genau. Wenn ich einfach nur Alkohol getrunken habe, stell dir vor, also jetzt will ich die, um das Beispiel zu verdeutlichen, ich sitze auf einem Stuhl alleine, trinke irgendwie zwei Flaschen Alkohol und gehe dann ins Bett und stehe am nächsten Morgen wieder auf. Es ist also praktisch nichts passiert, außer die Tatsache, dass ich das gemacht habe. Und trotzdem werde ich wach mit einem, ja mit so einem Phantomschmerz eines schlechten Gewissens. Ne, nur wenn der andere noch dabei war, dann ist es bei mir so. Ne, bei mir eben noch nicht mal. Also es ist nie irgendetwas, für das man sich im Wesentlichen jetzt in die Schäden müsste. Nein, aber eigentlich nicht, also weil ich auch... Kann schon passieren, ist mir auch schon passieren. Ja, aber ne, eigentlich nicht, weil ich denke mir so, manchmal kann einem das unangenehm sein, wenn man so ein bisschen zu gut drauf war, wenn man so zu kommunikativ war oder so. Passiert mir jedes Mal. Ja, klar, mir auch, aber trotzdem ist das ja nichts Schlimmes an sich. Und trotzdem bleibt dieses Gefühl zurück. Und wenn man das dann macht mit so Leuten, die man nicht... Zu kommunikativ war, das ist gut. Ja, wenn man einfach zu interessiert und auch ein bisschen vielleicht zu schwafelig drauf war. Warst du zu kommunikativ schon? Ja, es war wie ein Tator zurückkehren. Also so kann man es halt wirklich... Man saß auch am selben Tisch, am selben Platz. Und dann kamen sie so langsam so angetrollt, alle verkatert bis hinter die Haarspitzen so. Und ich glaube, jeder hat sich so ein Schleier der Scham hat sich so drüber gelegt. Man war ein bisschen zu laut, man hat ein bisschen zu viel Drinks ausgegeben. Man wollte den Wein noch probieren und hier und da. Man war wirklich so verbrüdert. Und was ich aber souverän fand, also man hat die ganze Zeit ja das Gefühl, okay, was habe ich gesagt? War ich da zu übergriffig, war ich zu kommunikativ, war ich zu dies, war ich das, ne? Und man merkt irgendwie, nee, es war glaube ich alles okay, es war alles okay. Und dann kommt ja so ein Punkt, wenn man so einen tollen Abend hatte, dass man dann irgendwie so Handynummern austauscht und sich dann irgendwie... Die waren alle aus Berlin, ne? Ja, komm, wir treffen uns da mal nochmal. Das haben wir alle unterlassen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Sensationell. Es war auch nicht so, ach, kannst du ja mal bei Instagram schreiben. Nichts, nein, super. Wir haben gesagt, schönen Abend, danke, sind gegangen, ins Auto gestiegen. Ihr seid nicht so... Super, das ist gut. Es könnte ja so eine, hier so eine Deutschland sucht in Superstar-Stimmung aufkommen, wenn die dann da in ihrem Camp da auf Thailand sind und dann irgendwie denken, sie bleiben ihr Leben lang jetzt die besten Freunde. Wie nach Sommer aus der Stars, dann fahren sie zusammen nach Mallorca dann irgendwie nochmal. So ähnlich ist das ja auch, ne? Dann war da auch so ein Häuslein irgendwo in der Tiefebene, in so einem Triss, draußen regnet es. Nur keine Spiele machen, ne? Ja. Aber weißt du, was ich mir noch witzig vorstelle, ist die Perspektive von den Gastronomen, die dann immer wissen, die wissen wahrscheinlich genau, ab welchem Wein das passiert. Also die sehen immer diese Beklemmung, die sehen das immer wieder. Das finde ich so witzig, das würde ich so gerne mal die dazu befragen, wie das wohl ist. Wie so eine Versuchseinordnung. Ja, weil die wissen immer, jetzt sind sie beklemmt, jetzt müssen wir die so ein bisschen an die Hand nehmen, jetzt mischen wir die durch. Was ich so an Flashbacks kriege, die so Schampotenzial haben, ne? Also so kleine Verbrechen habe ich ja schon begangen. Und so, das ist dann beim Frühstücksei, ist mir das wieder ins Gedächtnis gekommen, dass ich die Bedienung dort... Oh, jetzt Vorsicht. Naja, keine Sorge. Aber ich habe dann irgendwann, ich habe es ja nur gut gemeint, aber ich wollte die überreden, dass sie mit uns einen Schnaps drin hat. Und dass ich der auch noch einen Schnaps ausgabe. Oh, das ist so ein richtiger Dad-Move. Und dann, ich weiß nicht noch, sie hat mir erklärt, dass ihr Chef das nicht gern sieht. Oh, ja, natürlich nicht. Ah, da war man da wie so jemand da auf dem Oktoberfest. Dann setz ich doch mal hin, ne? Und so, oh Gott, oh Gott. Als würde die jetzt so sagen, komm, ich ziehe die Kittel aus. Ich glaube, besser wird das gemacht. Ja, gut, aber siehst du ja, was dabei rauskommt. Also die, als würde die jetzt so sagen, weißt du was, ich leg das Portemonnaie in die Ecke. Ihr müsst auch alle nicht zahlen. Das ist ja so wunderbar hier. Ich finde auch für mich ist auch eine einzige... Wurzene Lifetime. Wurzene Lifetime. Das finde ich der einzigartige Moment. Ich kündige jetzt, weil ich mit dir hier saufen will. Ihr Hunde ist jetzt alles essen selber. Wir gehen jetzt in die Küche, da kann jeder selber mal, wie Friedmann früher irgendwie den Trüffel in den Topf werfen. Das machen wir alles alleine jetzt. Ja, aber das ist genau der richtige Punkt. Man muss ja wissen, also, genau, Knobelbecher, gute Idee, dort schlechte Idee. Ja, habe ich nicht mehr gewusst. Aber was ich noch wusste ist, ich muss nach diesem Frühstück, das ja schon schwierig war, musste ich dann noch zahlen. Und man geht dann zu dem Chef des Hauses und zahlt. Und deswegen kommt man ja zwangsweise auch in eine Kommission. Guckt er dich wissend an? Er guckt einen wissend an. Ah, nach dem Frühstück. Ja, nach dem Frühstück. Und dann will man ja auch so rumsmalltalken. Und so ein bisschen rausfinden, wie ist die Temperatur? Wie hat er den Abend so wahrgenommen? Und dann habe ich so, ach ja, und jetzt heute Frühstück? Da haben sie, oh, das ging ja gestern noch ein bisschen länger. Und dann morgens wahrscheinlich schon wieder. Wann geht es los bei Ihnen? Du hast alle so Elternsprüche, hast du so drauf. Also ich sehe immer, wenn du sowas erzählst, sehe ich mich immer so als Kind daneben stehen, wie mein Vater mit Leuten redet, die älter sind als ich. Und du bist aber in dem Bild mein Vater. Ja, und dann hat der so, ja, das ist völlig normal. Da im runden Tisch ist immer da Exzess, ne? Also das ist ja völlig normal. Aha, Exzess war es also schon mal, ja. Feucht, fröhlich. Und dann habe ich so gezahlt und war irgendwie froh, dass das alles so abgewickelt bin, bin Richtung Auto. Und dann ist mir angefallen, du hast keinen Cent Trinkgeld gegeben. Und dann bin ich da auch nochmal zurück den Gang nach Canossa, habe ein kleines Glas Marmelade gekauft von dem Hof und habe dann irgendwie noch 50 Euro draufgelegt. Und dann konnte ich beruhigt abfahren. Ich möchte sagen, es war ein hervorragender Abend. Es war wirklich einer der besten Abende der letzten Jahre. Und man muss sich mehr trauen, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Ich wäre da niemals hingefahren, wenn ich gewusst hätte, wie das dort abläuft. Und ich hätte wirklich diesen bombastischen Abend verpasst. Und ich möchte uns irgendwie dazu ermutigen, dass wir öfter mal Sachen machen, die auf den ersten Blick einfach grauselig wirken für so Klemmis wie uns. Ja, einfach, ich kann dafür werben. Und es ist tatsächlich, war auch ein perfektes Essen, perfekter Abend, super gemütliches Ambiente. Draußen hat es geregnet. Und ja, man war blau mit Fremden. Es war mega lustig. Man muss jetzt nicht immer nur saufen mit Fremden. Man kann auch anders. Ja, aber man muss auch ehrlich sein, also ohne Alkohol. Keine Chance gewinnen. Nein, nein, nein. Das geht auch ohne. Nee, genau. Du hast recht, Klaas. Nee, das ist ja gelogen. Wir sind ja auch Teil der Initiative. Es geht auch ohne. Also nicht sexuell, aber im Zug auf Alkohol, ja. Nee, es wäre nicht ohne. Ja, ich wurde, bei mir habe ich, ich habe ja letzte Woche hier verkündet, dass ich so gern angequatscht werde. Hat geklappt schon. Nein, wirklich? Naja, hat schon geklappt. Ja, es sind schon Leute, die sagen, du wirst doch so gerne angesprochen. Und zack, sitzen die da. Sitzen da? Im Auto neben dir. Nee, auch im Restaurant. Oh. Ja, aber jetzt auch im Wesentlichen alles in Ordnung. Also auch nette Leute. Im Wesentlichen alles in Ordnung? Ja, ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt… Das ist ein guter Biografie-Titel. Im Wesentlichen alles in Ordnung. Ja, ich glaube, so könnte man das nennen. War immer pünktlich da und es sind ein, zwei gar nicht so langweilige Sachen passiert und da schreiben wir jetzt ein Buch. Ihr hattet ja gestern bei Late Night Berlin, habt ihr ja die Artificial Intelligence, Jet GPT, einen Teil eurer Sendung schreiben lassen. Ja. Könnt ihr nochmal beschreiben für die ZuhörerInnen, wie das so ablehnt? Also was war da? Das war so, wir haben den Versuch gestartet, wenn ich nur konkrete Formulierungen eingebe oder konkrete Anweisungen an dieses AI-System, ob es dann möglich ist, einfach den normalen Ablauf der Sendung so weiterschreiben zu lassen von dem mit verteilten Rollen und wenn wir das dann aufführen, ob das großartig auffällt. Und dann muss man dem halt so ungefähr sagen, wie die Realität ist, weil er das ja nicht so wissen kann. Also wer jetzt zum Beispiel, welchen Charakter hat oder wer wie drauf ist. Wer sehr cool ist und wer sehr dumm. Ja, genau. Dann habe ich also Jakob und mich da beschrieben und habe so ein bisschen vorgegeben, wie ich es ungefähr gerne hätte. Du hast geschrieben, er ist sehr dumm und sehr tollpatschig, ne? Hast du den Programm? Aber herzensgut. Herzensgut, Jakob. Herzensgut. Ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Du bist mir ein väterlicher Freund, hast du geschrieben. Ja. Und das Herz hatte am rechten Fleck. Und dann hat er wirklich ein Herz aus Gold, aber ein Kopf aus Stroh. Ja. Aber ein Herz aus Gold. Ja, ja. Für jeden, der wissen will, was ist, wovon reden die, was ist JetGPT, ich kann euch wirklich empfehlen, die neue Folge von Feel the News, der Podcast von Jule und Sascha Lobo zu hören. Die erklären das wirklich fantastisch und zeigen auch auf, welche Chancen und Gefahren in dem Programm steht und wie sich unsere komplette Welt ändern wird. Und zwar schon sehr bald. Die sagen, das ist ein ähnlicher Umbruch wie die Industrialisierung, wie die Erfindung des Computers und, und, und. Ja, total. Das habe ich auch super viel schon drüber gelesen. Das ist alleine so ganz viele Texte, die normalerweise, also jetzt wirklich auf unterster Ebene, so ich sage jetzt mal zum Beispiel Werbetexte für irgendwelche Ideen, wo jetzt schon Menschen eigentlich nur so kleine Textbausteine manuell und händisch zusammenbauen, natürlich auch Arbeitsplätze dadurch da sind in, ich sage mal, Werbeagenturen, die jetzt nicht die neue große kreative Kampagne machen, sondern so den ganz normalen Alltagsjob machen, also Prospekte machen, Werbebeschreibung, Produktbeschreibung, all diese Dinge, die bislang Menschen gemacht haben, machen dann letztendlich darauf spezialisierte, gefütterte Programme, die das einfach ausspucken, so wie man das da ja schon kennt. Und das ist ja so die benutzerfreundliche Variante, ChatGPT ist ja das, was wir so hingeworfen bekommen nach dem Motto, hier könnt ihr mal gucken, wie das so ist, da lässt sich ja nur so hochrechnen, was vermutlich auf professioneller Ebene irgendwo individualisiert auf irgendeinen bestimmten Vorgang machbar ist. Genau, das Programm ist im Grunde, das wurde über Jahre gefüttert mit Textbausteinen und setzt die logisch zusammen und lernt dabei. Also je mehr es gefüttert wird, je mehr Fragen an das Programm gestellt werden, wie erzähl mir einen Witz, erzähl mir eine Geschichte, was kann ich auf einem Trip nach London machen, egal, alle Fragen, die jetzt auch gestellt werden von den Usern, von uns, dadurch lernt das Programm immer mehr. Ja, und das ist, das habe ich jetzt alles aus diesem Podcast von Sascha Lobo und Jule Lobo, das Programm ist im Moment in der Version 3 erhältlich, das ist mit glaube ich 130 Milliarden Textbausteinen gefüttert worden und es kommt dieses Jahr noch die Version 4 und die hat über mehrere Billionen Textbausteine und das wird natürlich immer mehr verfeinert, immer besser und es ist wirklich anzunehmen, dass, wenn man es jetzt mal düster sieht, sehr, 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 sehr viele Arbeitsplätze obsolet werden. Ja, das meinte ich ja, genau. In der Zukunft, aber natürlich auch irgendwie so das Programm jetzt mal ganz blöd gesagt, du könntest dem eingeben, finde ein Heilmittel gegen Krebs. So, und irgendwann wird eventuell dieses Programm in der Lage sein, dir ein Rezept zu geben oder irgendwie wie ein Impfstoff sein muss. Also, es wird uns sehr, sehr viel helfen, bis hin zur Therapie von Leuten, also dass du auch einfach, wo du jetzt vielleicht keinen Therapieplatz kriegst, dass du in Zukunft dieses Programm mit deinen Problemen erklären kannst und du kriegst kompetente Antworten, die aber auch so geschrieben sind, als würdest du dich mit jemandem unterhalten, also Minimum chatten, vielleicht in Zukunft auch sprachlich da irgendwie mit jemandem reden. Naja, und da wird es ja schon mal, also neben ganz vielen verschiedenen, das ist ja so multikomplex, dass man das überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz jetzt hier vernünftig besprechen kann, ne, aber das ist ja der Moment, wo du dann natürlich, was ja jetzt schon passiert, selbst auf dieser untersten, ich sag mal primitivsten Version, die es da jetzt gibt, fängt man ja an, das zu vermenschlichen. Ich meine, das macht man ja teilweise schon mit ganz anderen Geräten, man streitet ja schon mit dem Küchschrank, wenn der länger piept, ja. Also, was macht man jetzt mit jemandem, der mit dir redet, als sei er ein Mensch? Passiert denn das, was passiert ist im Film Her? Es gab jetzt schon den Fall, das war ein britischer Journalist, der kam ins Gespräch mit ChatGPT und das ist ja dann wirklich wie ein Chat, als würde ich dir, Jakob, irgendwie schreiben, du antwortest mir und irgendwann hat das Programm, also die AI, ich meine, es war von Microsoft. Genau, das war nicht ChatGPT, das war von Microsoft, von Bing, glaube ich, oder von irgendeiner Suchmaschine war das der Chat-Bot. Genau, und der hat irgendwann im Verlauf des Gesprächs versucht, ihn von seiner Frau zu lösen. Also, der hat auf ihn eingewirkt, dass er doch seine Frau verlassen soll, dass all sein Unglück und seine Traurigkeit damit zusammen ist, dass er noch mit seiner Partnerin zusammen ist. Dann schreibt er noch so traurig. Aber wir hatten gerade erst einen ganz schönen Hochzeitstag und dann sagt er, der Hochzeitstag war langweilig und beschissen. Also ganz schrecklich. Ja, das Ding hat irgendwie so einen Turn gekriegt, genau, das kann man auch alles nachlesen, wer sich da genau dafür interessiert, da gibt es ja natürlich die konkreten Zitate dieser Begebenheit, das ist glaube ich so ein paar Wochen jetzt her, dass dann irgendwie so ein Spin reinkommt in dieses Ding. Also, dass vor allen Dingen auch absurderweise das Programm, das, was es geschrieben hat, von dem es ist offenbar so eine Art, ja jetzt natürlich kein kognitives, emotionales, aber zumindest ein sachliches Schuldbewusstsein eingetreten ist, dass also das Programm auch erkennt, ich habe da jetzt was geschrieben, was ich eigentlich als Programm nicht hätte schreiben sollen. Ich sage jetzt ich, also ich meine es nicht so vermenschlicht und personalisiert, wie ich es jetzt beschreibe, einfach nur um es einfacher zu beschreiben und hat dann bestimmte Textblöcke, die also als zweifelhaft angesehen werden können, rein objektiv, wieder gelöscht. Die Frage ist halt aber auch so, wenn wir jetzt nur mal auf den Kreativsektor zu sprechen kommen, wann ist diese Intelligenz praktisch unseren Ideen überlegen, also wann kommen bessere Ideen und Vorschläge aus dem Internet, also das ist ja total irre, das ist jetzt Rennen gegen die Zeit, also kann das menschliche Gehirn noch kuriosere Verknüpfungen herstellen und was ich jetzt mal so als abstrakte Bezeichnung von der Idee nehme, als etwas, was den gesamten Wissens- und Datenspeicher der Erdgeschichte hat. Ja, das ist auch Thema in dem Podcast und weil wir Menschen uns ja immer noch sagen, naja, aber die Kreativität, das kann keine Maschine. Aber das ist jetzt schon, also jetzt schon schafft es ChatGPT, wenn du ihm sagst, so schreib einen Witz, das haben die auch probiert, über die FDP mit einem anderen Thema verknüpft, das ist natürlich noch kein Gag, wo man sich auf die Schenkel klopft. Ja, das gibt es aber auch oft im Fernsehen, kein Gag. Das gibt es auch oft im Fernsehen und das wird ganz, ganz schnell sein, dass sie uns auch kreativ überlegen sein können. Aber ich glaube, sieben Tage, sieben Köpfe würden sie jetzt schon hinkriegen. Ohne, ohne, ohne Problem. Ich glaube, das jetzt klingt jetzt so doof, aber ich glaube wirklich, ich glaube bei so Gags, die immer mit einer ähnlichen Mechanik spielen. Ja, auf jeden Fall. Der eine ist Holländer, gibt man ein, der andere hat eine lange Nase. Der eine hat einen Wohnwagen und damit bremst der alle auf der Autobahn aus und der nächste ist, also wenn man so mit Stereotypen arbeitet und das jetzt witzig findet und ganz viel Humor und so und auch viel Humor, den wir so machen, weißt du, ist ja auch in gewisser Weise berechenbar, deswegen macht es ja trotzdem Spaß und dadurch, dass du teilweise ja auch verschiedenste Programme hast, die miteinander interagieren, also könntest du natürlich auch eine künstliche Stimme, die letztendlich irgendwas vorliest, die irgendwas sagt, die vielleicht irgendwann dann auch nochmal lernt, besser zu betonen oder der Rhetorik des Textes angemessen betont, also ich sage mal, für so einen Laber-Podcast wie das, was wir hier machen, sieht es auch nicht so rosig aus, weil diese zufällige Anordnung an Gedankenfetzen ist jetzt, glaube ich, keine große Herausforderung für ein gutes Computersystem. Meint ihr, die Idee kam auch von ChatGPT, dass der Wendler eine neue Doku bekommt bei RTL2? Meint ihr, da ist Ende Murschein auf so eine ChatGPT-Idee reingefallen? Weil keiner, der ja als Mensch seinen Shit-Together hat, würde ja sowas tatsächlich produzieren wollen, dafür sehr viel Geld ausgeben. Da muss er vielleicht kurz erklären, also Wendler hat jetzt den Verkauf von Kurbeltaschenlampen und irgendwie Wasser für die Notration und Dosenfrüchten und was er so, also diesen ganzen Prepper-Kram, mit dem er jetzt zuletzt Geld verdient hat im Internet bei Telegram, das hat er jetzt wohl eingestellt. Laura ist schwanger, die wohnen da irgendwie oder auch nicht in Florida und ziehen da ein und aus irgendwo und haben jede Menge Ärger an den Hacken und sind natürlich unterdessen, also vor allen Dingen er, ja das ist also nett formuliert, wenn man sagt, er ist verrückt geworden, völlig extrem radikalisiert im Bereich, ja in so einem Reichsbürger-Bereich und jetzt kriegt er bei RTL 2 oder soll er bei RTL 2 eine Doku-Soap bekommen, wo das kuriose Leben und Anführungsstrichen von Michael Wendler und seiner Laura nochmal abgebildet wird, so ähnlich wie die Geissens, jetzt halt nur mit Antisemiten. Cool. Ja, also die Meldung kam ja gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht, und ich habe da wirklich drauf geguckt, ich konnte es nicht glauben, ich habe auf das Datum geguckt, ob jetzt irgendwie April ist, ob das irgendwie, ist Böhmermann dran schuld oder was auch immer, ich konnte es nicht glauben, weil es kam auch so unvorbereitet, es kam auch so naiv in der Pressearbeit, also selbst wenn man auf die Idee käme, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, dann würde man ja vielleicht den mal ausprobieren, mal wieder in irgendeine Sendung einladen und mal so sich so rantasten und so. Hier kam es aus der, völlig aus dem Nichts, ohne Not kam irgendwie die Meldung, hier sechs Teile, wir begleiten Wendler und seinen Laura, wie sie ein Kind kriegen. Da hat jemand beschlossen, jetzt ist es wieder okay. Jetzt ist es wieder okay. Und dann wirklich unfassbar tölpelhaft, würde ich sagen, ist die Pressearbeit dazu, weil es einfach so gesagt, ja, er bereut auch so manche Aussagen, aber es wird ja natürlich rund und bunt. So ist irgendwie, also so völlig das Thema. Das ist so, die tun es, als wenn Martin Semmelrogge irgendwo Gartenstühle geklaut hätte. So als wäre das so das Vergehen. Er wurde mal wieder ohne Führerschein. Naja, und er polarisiert so ein bisschen. Man weiß nicht genau warum. Er hat so die oder jene Ansicht, wo man sagen kann, die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Aber das ist ja nun nicht der Fall gewesen. Nee, also das muss man wirklich, also diese ganzen Ausfälle, die muss man jetzt ja nicht alle nochmal irgendwie wieder ans Tageslicht holen, was der da alles gesagt hat. Aber ich sage mal wirklich, im Bereich Verschwörungstheorien hat der nichts ausgelassen. Und Verschwörungstheorien ist eigentlich auch noch nett formuliert für die menschenfeindlichen Aussagen, die da getroffen wurden. Und auch Missinformation und ganz bewusste, also wirklich, wirklich, wirklich unentschuldbare Aussagen. Ja, zumindest so unentschuldbar, dass man sagt, der muss nicht mehr im Fernsehen stattfinden und... Also wenn dich DSDS rausschmeißt. Ja. Ja und plört, vergiss das mal nicht. Also die mussten halt eine halbe Staffel den da rumplören und wenn er was gesagt hat, dann kam so eine Sprechblase und so. Also das darfst du nicht vergessen. Vor allen Dingen, es ist ja auch keine Auseinandersetzung mit seinen kruden Thesen und mit dem Antisemit Michael Wendler, sondern es soll ja total so eine liebevolle Nummer werden, so liest sich das ja. Sie begleiten ihn so tapsig, wie er dann, was weiß ich, den ersten Kinderstuhl kauft und das Kinderzimmer anmalt. Das kannst du ja nicht machen mit so einer Figur. Also völlig unpassend. Nee, das ist... Also ja und ich finde, also worauf wird es hinauslaufen? Ich denke, dass dieses Format nicht kommen wird, weil sich auch RTL, die ja große Anteile auch an RTL 2 haben, logischerweise, dagegen wehrt, dass das in deren Mediathek ausgestrahlt wird. Also ich meine, der Mutterkonzern RTL hat ja seine Geschichte mit Wendler erlebt und hat sich da auch schon distanziert von. Es gibt ein völlig... Auch schon peinlich, ne? Also das RTL... Das ist auch nicht abgesprochen. Wir distanzieren uns. Aber ich habe nochmal gelesen, RTL hat auch in Anführungsstrichen nur 39 Prozent Anteile in RTL 2. Also die können denen offenbar da nicht sagen, das macht er mal nicht. Ja, aber 39 ist auch nicht gar nichts. Ist aber auch nicht gar nichts. Aber es ist zumindest das Verhältnis so... Die können den schon, wenn die wollen, können die denen schon überall den Hahn zudrehen. Schon, ja. Aber das Verhältnis ist so, dass man öffentlich sagen muss, das finden wir scheiße. Also da sind ja schon alle diplomatischen Wege ausgeschockt worden. Ja, vor allem, das muss ja auch so, also das wurde anscheinend ja, das scheint ja okay zu sein, aber es hat RTL 2 beschlossen, ohne davon jemanden in Kenntnis zu setzen. Ich glaube, dass auch RTL, so liest es sich zumindest, komplett überrascht war von dieser Nachricht. It's fun, wie man bei RTL 2 sagt. It's fun. Und ich glaube, was wird passieren? Die werden dieses Format nicht zeigen. Also die werden irgendwann, ich glaube, die tüfteln jetzt gerade daran, wie sie aus dieser Nummer wieder rauskommen. Die Verträge sind aber unterschrieben, weil man wahrscheinlich keine Pressemitteilung raushaut, bevor Wendler irgendwo sein Auto drunter gesetzt hat. Wahrscheinlich haben die schon gedreht. Vielleicht auch schon gedreht in Teilen. Und also ich denke halt, der wird seine Gage kriegen, da wird er auch drauf bestehen können. Und das Format wird trotzdem eingestampft. Das heißt, der kriegt dann lecker Geld und kann dann danach sagen, haha, sind die blöd, die haben mir Geld gegeben, obwohl sie es nicht zeigen wollen. Dann kann er seinen Telegram-Kanal wieder aufmachen und weitermachen und auch sagen so, haha, ich habe das System genutzt. Ich glaube, in Deutschland hat er doch aber ein Insolvenzverfahren. Also theoretisch müssten dass er wenigstens dann seine Gläubiger bekommt. Das wäre dann vielleicht die einzig gute Nachricht. Aber wer weiß, wie das dann alles läuft. Vielleicht läuft das dann wieder, hier ist wieder die Mutter Geschäftsführerin vom Telegram-Kanal. Ich frage mich einfach bei der Sache und das jetzt auch ohne Häme, wirklich nicht. Ich frage mich, hat da keiner den Zeigefinger gehoben und mal gesagt, Leute, ist das so eine gute Idee? Glaubt ihr, wir kommen damit durch? Ich finde auch, das ist, also, das ist mir ein Rätsel. Ist mir auch, finde ich auch in dem Fall, ist es jetzt mehr als nur so eine handwerkliche Sache und mehr als so eine Sache, wo man sagt, komm, wir sind beim Privatfernsehen, NDR 2, wir sind hier so die Wilden irgendwie und wir waren immer schon hier die Lausbuben und die Lausmädchen oder was. Ich habe auch so den Eindruck, da kommt es irgendwie in so einen persönlichen Bereich, wo man sich jetzt auch mal so überlegen muss, was will ich denn, was da so in die Welt hinaus geblasen wird, was jeder frei empfangen kann zu Hause. Jeder Fernsehzuschauer und jeder Mensch, der in diesen Zeiten gerade sich informieren will, hat es nicht so leicht, weil es einfach nicht einfacher geworden ist, herauszufinden, was Sache ist. Und die wenigen Möglichkeiten, die man so hat, sollte man noch dafür nutzen, jetzt nicht noch mehr Verwirrung zu stiften und auf einmal Leute da zu bagatellisieren, die das eigentlich nicht verdient haben. Kann ich noch jemand grüßen? Wen willst du denn jetzt grüßen? Na, unseren Pfeife. Unser Pfeife ist in Madrid. Warum? Der friemelt hier heute nicht unseren Ton an die Reglers, der ist mit Felix Groß, bei Toni Groß seinen Arbeitsplatz, weil der ist da irgendwie am Schuften gegen irgendwelche Leute aus Liverpool heute und ich möchte ihn einfach mal grüßen. Mir hat er heute gefehlt, weil er guckt immer so lieb durchs Fenster und es ist nicht dasselbe. Also liebe Grüße Pfeife. Ja. Ich bin froh, dass du nicht deine Freunde vom KDW jetzt nochmal grüßt. Willst du auch nochmal? Doch, liebe Grüße an Sophie vom KDW. Vielen Dank. War ein herrlicher Tag. Hast du das verdealt? Nein, das würde ich nicht sagen. War das Teil des Deals, dass du ganz oft KDW sagen musst? Was für ein Deal. Es war ein schöner Nachmittag. Ja. Gut. Klar. Haben wir es? Ja, ne? Ja, hast du alle deine Werbebotschaft untergebracht? Also musst du wissen, ne? Ob du jetzt, ob du vertragsbrüchig wirst, nachdem du da das Feld schon verteilt hast? Alles, alles erledigt. Okay. So. Hast du noch irgendwelche offenen Rechnungen irgendwo? Musst du da zu deinem Koch da aus Mekdeburg-Vorpommern noch irgendwie sagen, wie der heißt oder so, damit du das umsonst kriegst oder deinen Exzess? Ne, ich, ich zahle. Ich zahle für meine Exzesse. Ja. Na immerhin. Im doppelten Sinne. Ja. Ähm. Ne, ach du, wir haben vorhin die Geschichte angesprochen mit ChatGPT bei Late Night und das sollte ja eigentlich auf eine Pointe raus, aber das haben wir dann übergangen. Ne, ach so, erzähl die Pointe bitte. Ja. Die Pointe wäre gewesen, dass mir ein, äh, ein Zuhörer hat mir in derselben Nacht, also heute Nacht auch noch, äh, hat er das Programm gefüttert. Ja. Okay, das ist gut. Das ist gut. Hat ihn gebeten, ähm, dass er mal eine, pass auf, die, die Aufgabe war, entwirf einen Einspieler für die Sendung Duell um die Welt mit Till Lindemann als Kandidat, dem Rammstein-Singer. Das Programm antwortet folgendes. Hier ein möglicher Einspieler für die Sendung Duell um die Welt mit Till Lindemann als Kandidat. In Klammern, Till Lindemann steht auf einem versteilten Gipfel und schaut in die Kamera. Till Lindemann. Ich bin Till Lindemann und ich bin bereit, mich der härtesten Herausforderung der Welt zu stellen. Ich habe in meinem Leben viele Dinge ausprobiert, aber ich weiß, dass das, was ich heute vor mir habe, das Schwierigste sein wird. Ich stehe hier oben auf einem Berg und ich werde versuchen, die steilste Abfahrt meines Lebens zu meistern. Aber das ist noch nicht alles. Ich werde es auf einem Bürostuhl tun. Die Kamera zeigt einen Bürostuhl, der an Till Lindemanns Rucksack befestigt ist. Till Lindemann. Ja, das hast du richtig gehört. Ich werde auf einem Bürostuhl den Berg hinunterfahren. Das wird sicherlich eine extreme Herausforderung, aber ich bin bereit, alles zu geben. Also los geht's. Die Kamera folgt Till Lindemann, der auf dem Stuhl sitzt und den Berg hinunterfährt. Der Wind bläst in seinen Gesicht und er schreit vor Aufregung in Adrenalin. Till Lindemann. Das ist verrückt. Ich liebe es. Die Herausforderung ist genau das, wofür ich lebe. Es ist kalt, es ist steil, aber ich werde es schaffen. Die Kamera zeigt Till Lindemann, wie er das Ende der Abfahrt erreicht und glücklich aufsteht. Till Lindemann. Das war unglaublich. Ich habe es geschafft. Ich habe den Berg auf einem Bürostuhl bezwungen. Ich denke, ich habe bewiesen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um zu gewinnen. Ich bin Till Lindemann und das war Duell in die Welt. Mehr davon am Samstag 20.15 Uhr auf ProSieben. Eine neue Folge. Brandneu. Es muss man immer dazu sagen. Gerade beim Duell in die Welt kommt man manchmal durcheinander. Es gibt so viele beste Sachen vom Duell in die Welt, dass es auch ganz viele Best-ofs gibt. Weil man gar nicht weiß, wohin mit den besten Momenten. Deswegen müssen wir praktisch, sind wir der Kunst verpflichtet und müssen Best-ofs machen. Aber diesmal nur beste neue Momente. Beste neue Momente. Ungesehen. Ja, Jessica Schwarz ist mit dabei, Sascha ist mit dabei, Nielam Farouk ist mit dabei und 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 und. Eine kurze Aufgabe habe ich jetzt noch und zwar für alle Leute da draußen, das müssen wir nämlich nächste Woche, müssen wir ein Kind benennen. Ein echtes Kind, ein echtes Baby, was kommt. Müssen wir benennen. Aber ich möchte gerne da alle Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich einbinden in diesen Prozess. Weil es gibt einige Vorgaben und in diesen Vorgaben müssen wir dann, also wir entscheiden dann hier praktisch, wie das Kind heißt. Also Hausaufgabe auch für die Zuhörerinnen. Ja, für alle. Ihr müsst uns dann Vorschläge schicken und wir suchen dann einen aus. Also, hallo Jakob, Schmidti und Klaas, hat mir jemand geschrieben. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Wir sind auf der Suche nach einem Vornamen für unser zweites Kind. Um die Suche etwas einzugrenzen, haben wir ein paar Regeln. Es wird ein Junge. Der Name muss sechs Buchstaben haben, weil alle Vornamen in der Familie sechs Buchstaben haben. Darf nicht mit D-A-P-S-N. Also nicht mit D-A-P-S-N anfangen. Und das erste Kind heißt Palina. Das erste Kind heißt Palina. Der Nachname fängt mit S an. Mit S. Vielleicht habt ihr einen guten Vorschlag. Viele Grüße. Und da würde ich jetzt einfach sagen, ihr habt jetzt die Leitplanken bekommen für diese kreative Aufgabe. Ist immer gut, wenn man in einem Korsett kreativ sein soll. Dann fallen einem bessere Sachen ein. Schickt jetzt einfach mal Kindernamen und nächste Woche suche ich einen aus und dann wird das Kind so genannt. Top. Es wäre super dumm, wenn wir die Aufgabe jetzt nicht einfach in Chat-GPT reinschreiben. Nee, ich will jetzt einmal besser sein als Chat-GPT. Nein, das könnt ihr selber. Wir machen das jetzt mit allen Mann zusammen. Wir werden Chat-GPT jetzt hier die Stirn liegen. Die lange Nase zeigen. Die lange Nase zeigen. Und wir werden jetzt selber rausfinden, wie das Kind heißt. Und irgendwann in 18 Jahren laden wir das Kind dann ein. Und dann kann der Junge, wir wissen ja nicht, wie der heißt, der Junge sich hier mal einen Podcast vorstellen. Der kann dann hier mal sagen, wie es ihm ergangen ist, 18 Jahre, mit dem Vornamen, den wir jetzt ab morgen für ihn aussuchen. Und vielleicht hören wir das sogar noch. Je nach Alter, ne? Ja, je nach Alter. Genau. Okay? Okay. Gut, Schmitti. Jakob? Ja, ich möchte jetzt auch los. Ist gut. Ja. Danke. Die Leute waren ganz, sorry, die Leute waren ganz sauer auf dich, dass du mich so brüsk abgewiesen hast, als ich dich gefragt habe, ob du mit mir essen gehen willst. Letzte Woche, das hat er gar nicht gemerkt, letzte Woche habe ich gesagt, gehst du mit mir essen? Und es kam, ohne drüber nachzudenken, ne. Richtig unhöflich. Was? Wirklich? Ja, kannst du dir nochmal anhören. Oh ja. Das kam aus dem tiefsten Herzen, ja. Dass du keinen Bock hattest, mit mir essen zu gehen. Na, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, ne? Ja. Ich wollte nur sagen, heute habe ich keinen Bock. Nee. Danke, Ende. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.